Männer mit Augenringen kann schon mal störend wirken und so auch hier und die Behandlung zeigt hier, wie das in der richtigen Schicht behandelt wird. Natürlich gibt es hier noch andere Probleme bei den Patienten am Unterlid. Die Haut hat an Elastizität verloren, also es braucht auch eigentlich eine Lidstraffung, aber er möchte zunächst die Augenringe behandelt wissen und das wird auch hier durchgeführt. Es wird noch eine leichte Schwellung zurückbleiben und diese wird in den nächsten Tagen sich deutlich verbessern, denke ich, und dann hat man hier ein sehr schönes Ergebnis und der Patient freut sich, wie ebenfalls, dass wir hier die Behandlung in dieser Art und Weise zeigen können.